Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dürfen in Thüringen nicht zugleich der AfD angehören. Das sei am Samstag auf der Bezirkskonferenz in Weimar beschlossen worden, sagte Geschäftsführerin Corinna Hersl auf Anfrage. Dunkle Zeiten für die Demokratie und die Meinungsfreiheit. Dunkle Zeiten für die Demokratie und die Meinungsfreiheit. Dunkle Zeiten für die Demokratie und die Leidenschaft. Nach der Bezirkskonferenzin q.o.